Hi, ist deine Mutter da? Jürgen? Ja, aber er ist wegen mir hier. Ich kann kurz mit deiner Mutter reden. Mareike, wie geht's dir? Ich zieh die Schuhe hier aus. Ach, da fragt mich ja auch mal jemand, wie es mir geht. Das würde ich mir nicht immer von dem gefallen lassen. Du musst dir mal richtig auf den Bruch klatschen, Mareike. Guter Tipp, das merke ich mir mal, ja? Fertig, komm, lass zocken. Also wirklich, du musst das doch erstmal noch alles hier abräumen. Mach das schnell. Ach, Quatsch, lass stehen. Nein, kein Problem, ich mach das schon. Soll ich das auch noch abwaschen? Da kann sich der Georg aber mal eine Scheibe abschneiden. Der tut nur so, der macht zu Hause auch nichts. Mareike, wie besprochen, ne? Hast recht.